Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Warum will sie nur dich? Wovon redest du, verdammt? Komm dich an! Du bist absolut nichts wert! Was ist dein verdammtes Problem? Du bist einfach zu gierig! So viele Freunde, doch es ist nie genug! Wo willst du denn hin? Sieh mal! Deine Familie ist da! Schluss mit dem Scheiß! Stirb! 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 Das wäre meine Gelegenheit gewesen! Sie sollten nach ihrem Tod hier zu mir kommen! Was? Hör auf! Wie bist du überhaupt hier? Michael! Gut, du hast es geschafft! Evelin! Das Mädchen? Das Mädchen? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Du entkommst nicht. Niemals! Ich war so ein liebes Mädchen! Sie hätten nach ihrem Tod meine Familie sein sollen! Aber sie sind wie besetzt von ihrer blöden Alten raus! Wärst du nicht geboren, wäre alles perfekt gewesen! Das ist bescheuert! Bleib weg! Du entkommst nicht! Du entkommst! Du entkommst nicht! Niemals! Du entkommst nicht! Ein liebes Mädchen! Sie hätten nach ihrem Tod meine Familie sein sollen! Aber sie sind wie besessen von ihrer blöden Alten raus! Du stirbst hier! Wärst du nicht geboren, wäre alles perfekt gewesen! Das ist bescheuert! Ich war besonders! Du bist ein Wicht! Du entkommst nicht! 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 Vielen Dank. Du entkommst nicht! Niemals! Ich war so ein liebes Mädchen! Sie hätten nach ihrem Tod meine Familie sein sollen! Aber sie sind wie besessen! Von ihrer blöden Alpen raus! Du stirbst hier! Wärst du nicht gewohnt, wäre alles gemett gewesen! Das ist Verscheuert! Ich war besonders! Du bist ein Nichts! Kein Entkommen! Du bist ein Nichts! Ich hasse dich! Ich war morgens! Du entkommst nicht! Niemals! Du entkommst nicht! Ich war so ein liebes Mädchen! Sie hätten nach ihrem Tod meine Familie sein sollen! Aber sie sind wie besessen! Von ihrer blöden Alpen raus! Du stirbst hier! Wärst du nicht gewohnt, wäre alles perfekt gewesen! Das ist Verscheuert! Das ist Verscheuert! Das ist Verscheuert! Ich war besonders! Du bist ein Nichts! Du bist ein Nichts! Geh weg! Geh weg! Kein Entkommen! Du bist ein Nichts! Ich hasse dich! Du bist wertlos! Ein Nichts! Ein Monster! Ohne Freude! Geh weg! 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 corona ! Geh weg! Es ist nicht schwer! Oh, wie nutzlos ich bin! Kein Wunder, dass mich niemand liebt. Was ist jetzt? Geh weg! Das ist alles deine Schuld! Und nie im Leben bekommst du, was du willst! Rose, pass auf! Gebt nicht auf, Rose! Finde den Kristall! Michael? Bist du da? Rose, pass auf! Er hat mich gerettet. Aber er hat's nicht geschafft. Er klang... genau wie Dad... ist Michael... mein Vater? Gebt nicht auf, Rose! Finde den Kristall! Dank ihm... Kann ich weitermachen. Ich muss diesen Kristall finden! Ich... Muss weiter. Wenn auch ohne Hilfe. Was macht das denn hier draußen? Was ist das für ein Ort? Was? 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 ... Was? Sie sehen aus wie ich. Genau wie im Schloss. Ich bin noch stärker als vorher. Sie kommen von dahin. Ich bin noch stärker als vorher. Was ist das? Ich muss diesen Kristall finden. Ich muss diesen Kristall finden. Oh, oh, oh. Wer hat mir hier diese Kopien von mir gemacht? Applaus Applaus Applaus